Ah, wir können nur 90 fahren, wegen der... Oh oh... Okay, ähm... Ja doch, wir sind gut dazu. Können wir mal so stehen lassen. So, jetzt kommen die Schärfe Koffer. Nächste Schärfe Kurve. So, der darf jetzt nicht vor uns wieder grün bekommen. Kriegt die aber echt... Oha... So, dann müssen wir warten. Ich weiß, da könnten wir mal vielleicht mal ausbauen, weil da gehen jetzt auch schon drei Linien hin. Hm. Okay, jetzt dürfen wir... Steht schon brutal lange. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Lasst mich hirnen. Ah, da kommt der Gegenzug. Lasst mich hirnen. Ja, das sieht natürlich nicht schön aus. Das ist klar. Steht da vorne noch ein Zug, oder warum halten wir hier? Habe ich da vorne ein Signal abgerissen? Habe ich da vorne ein Signal abgerissen? Ich habe hier ein Signal abgerissen. Gut. Und... Okay. 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 meter bisher noch die ganz ganz kleine dampflok ach du heilige die haben wir schon gar nicht mehr kommt man natürlich auch mal die hier nehmen wir könnten hier auch noch eine rein machen hier und hier das heißt dann müsste ja gleich ersetzt werden ja lassen wir mal so fahren mittel alu ja da nicht der fand doch Oh nein, habe ich die auf Automatik gestellt? Oh nein. Okay. Gut, dass noch nicht beide gemacht worden sind. Okay. Da kommt der Zug wieder. 75 Eier da her. Na gut, ist halt eine Strecke durchs Dorf durch. Da fährt man halt nicht so schnell. Aber ja, die Diesel-Lock da hinten, die kann nicht. Ah. Scheiße. Ja stimmt, die kann ja gar nicht mehr. Ah. Hätte ich vielleicht dran denken sollen. So, auf jeden Fall ist das Potenzial da. Wir müssen hier noch die Linie einrichten. Obwohl, das kriegt ja schon viel ab. Werkzeuge. Ja, zwei, null. Ja, gut. Gut. Könnten wir natürlich auch noch umbinden. Werkzeug. Lebens. Mittel. Ja. Dass wir da beides drauf laufen lassen. Geht natürlich auch. Mal schauen, gibt es hier da schon aktuelle, aktuellere LKWs. Ja. 60 mehr brauchen sie sowieso nicht fahren. So. Das heißt, wir machen zwei für Werkzeuge. Werkzeuge. Ah, ja. Dann soll das vielleicht auch noch auswählen. Oh nein. Oh, jetzt habe ich das falsch gemacht. Ich bin im falschen Ding drin. Oh. Ich vollidiot. gut. Sind die überhaupt schon so alt? Ja. Okay, gut. Das andere wird Lebensmittel. Okay, dann kommen noch zwei da drauf. Für Lebensmittel. Ja, das war dumm. Das ist natürlich... Ach, das ist Maschinen. Maschinenlohnburg. So. Zwei mal da. Zwei mal da. Maschinen... Ne, Werkzeuge nehmen sie in Donenburg. Sehr gut. Das ist eigentlich fast schon Dauer geschlossen da hinten. Schauen wir mal das hier an. Könnte man so langsam auch mal erweitern. Okay, gut. Liebe Spür, alles klar. Okay, gut. Liebe Spür, alles klar. Wir machen. Nächste halt noch mal da. Das ist okay. Und den nächsten hier. Und nochmal den nächsten hier. So. Das heißt, eins bleibt. Da kommt das da dazu. Und da kommt das und das da dazu. So. Der hin nimmt 15 Personen, machen wir mal ja. So. Lassen wir mal laufen. Oh, Handy. So. Lassen wir mal laufen. So sieht ja die Grundversorgung mal recht stabil aus hier, muss man sagen. Machen wir das weg, machen wir das auch mal wieder weg. Das wollen wir auch mal wieder weg machen. Das auch. Das ist ja schön. Machen wir ja, wir machen kaum noch Minus mit irgendeiner Linie, außer mit der hier. Okay, gut. Oha. 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 Das ist krass. Das ist ein 160 Meter Bahnhof. Okay, dann können wir hier mal sagen. Diesel. Diesel. Oha. Oha.